Der andere Spieler wurde. Und weiter geht's. Hallo. Willst du langsam mal fertig? Die Endflangmädchen. Bleib in meiner Nähe. Weißt du wirklich, wo du hingehst? Oder tust du nur so? Echt mal. Weißt du so oder tust du nur so? Hm. Ich weiß es. Ja. Glaube ich dir. Ahem. Ahem. Oh, ein Schild. Na. Wir noch so ganz schön viele Schilder abzunehmen. Ich muss das anmachen. Ja, ich hab nichts zum anmachen. Na, lass mal da lang gehen. Ist doch eigentlich, aber... Seltsam. Komm mal her. Vielleicht weiter hinten. Vielleicht hier vorne. Oh, ne, hatte. Hier ist ein Totenstein. Was? Ich hab mal aktiviert. Hier steh' ich als Wache seit vielen Jahren und den Zugang am Leifel. Ha, hier ist ein Feuer. Was ihr braucht, ist ein Lichtblauen, die anzieht, um voranzuscheiden. So, sei mein Spiel. Blaues Licht. Wo soll ich's denn jetzt ein Blaues Licht hernehmen? Was bedeutet das? Hm. Ich hab's einfach drauf, ein Feuer zu entfachen. Ja. Ja, komm mal her. Moment, wo bist du? Ah, hier. Ha, sie. Sieg's gesehen. Schnell, das geht. Eine unheilvoll aussehende Gruft. Alle sehen unheilvoll aus. Er sieht aus wie ein Zorn-Sarg. Ist ja auch ein Sarg. Oh. Na ja, sehr viele Wahlen haben wir jetzt ja nicht, lass mir hier lang gehen. Aha. Wir brauchen Taten. Also ein bisschen vier, vier grüne, äh, nicht vier grüne, vier Rudensteine. Einen hab ich schon mal. Aha. Was hab ich jetzt gemacht? Ach so. Ach so. Ich könnte grad irgendwas... Ja, hier an der Wand hatte was. Stoß dagegen, alter Mann. Stoß dagegen. Ich schieß mal dagegen, vielleicht krieg ich sie auch schon. Na, schade. Das ist aber eine merkwürdig Wand. Das stimmt. Nicht auf das... Puh. Wie bitte? Scheiße. Ich hab dir gesagt, dass ich das Ding trete und ich trete drauf. Ich hab die zweite. Gut. Die vierte. Da ist ein blaues Licht. Oh fuck. Das sieht mir nach einem blauen Licht aus. Was ist denn jetzt passiert? Na, hast du's nicht gesehen? Nee. Hier kam ein großes Monstervieh raus. Guck mal, ich hab ein blaues Licht im Bogen. Da oben ist es, ich seh's. Wo? Sieht aus wie eine Spinner. Da oben. Wo? Da, da, da oben. Siehst du's nicht? Stimmt. Das ist... Ne, spät. Ha, egal. Und sie aber nicht abschießen. Ja. Sonst hätten sie sie auch gleich töten lassen können. Was war das? Ich weiß es nicht. Ja. Das nenne ich mal ein Service. Oder auch nicht. Was denn? Die waren nicht so aufgegangen. Warte mal, ich geh schon mal vor und mach das blaue Licht mal hier an den Viech da. Oder? Kann ich nicht schon. Ja. Wow, ich hab aber auch einen Gang gefunden hier. Ich hab ne Wand geöffnet. Hm, ich aber auch. Ja, was hast du denn gefunden? Schätze oder was? Na, ich weiß nicht. interconnect. Ich hab doch noch nicht geguckt. Nein. Siehst du dir. Kann auch kaputt machen. Welche Dinger? Ach jeder. Ah ok. Ohne schatzstun. Ohne leuchtet was Grün. Ha, ne Tafel. No. was wir schon wieder woher kann man dank drück e drück e vor ich drauf gehen mach ich doch na 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 aber jetzt bin ich glaube ich am arsch hilft ja schon auch du bei einem schlag bin ich aber auch dran ich habe auch keine hältringen aber hier gibt es wieder boxen mach die dinge ist kaputt bevor die hier große l jahr das bin ich etwas dass diese komische gefäße hier ich bin gleich auch wieder zu Dank nein ich bin tot die Dornheit pragen ich nehme ob es tut der Kammer es ist gut dafür stand gerade eben so ein Ding diese komische und das komische wir sind feine Träger gewesen Warte ich will auch eine dieser war es nicht dabei war ja klar dass es so ein Scheiß ist da sind noch Pfeile falls du welche braucht glaubt auch noch hier lang oder ich hab mal von da ist die letzte Tafel da war gerade ein Viech aber ist schon in Ordnung Prozent Prozent also ich bin wieder bei der holen wir doch mal ich habe gesagt hat natürlich egal kein Thema wir können dort anfangen ich habe so ein bisschen zu tun das war doch nicht die letzte Tafel ja weil wir noch eine Habe weil ich eine Tür öffnet habe das ist es dahinter das ist schon wieder falsch aber aber wieder so eine eklige Stimme egal muss was ich hingehen die wir hierher Auken doch keine Tafel hier drin doch da ist sie doch ich will sie ich will sie scheiße wo na du bist doch wirklich blind das müsste es gewesen sein gut ich hole nochmal so ein blaues Licht aha wo kommst du denn her so das leuchtet viel weiter als normales Licht ist ja sehr merkwürdig und es leuchtet blau das auch nicht gerade was hat das hat glaube ich nicht so ansichtbar die macht Spaß über sich Dinge zu laufen ja macht mir ziemlich Spaß was ließ ich umsonst ich habe so was gefühlt das passiert jetzt irgendwas doof ist oder auch nicht ich will auch eins ich kann gerade nichts machen ich will nicht sind da los Lade. oder weiß ich nicht ah ok